Wir befinden uns im ÖV Hopp in Fiesch. Der ÖV Hopp Fiesch ist ein Verkehrsknotenpunkt, der auf der einen Seite die Zehnergundelbahn von Fiesch nach Fiescheralpa umfasst, auf der anderen Seite haben wir das Gleis der Bahnhof der Matherhoeren Gotthardbahn und auf der Strassenseite haben wir das Post-Auto-Terminal. Also wirklich ein Punkt, wo der ganze Verkehr in Fiesch zusammenkommt. Das ist selbstverständlich eine ganzjahresanlage, wird die Ödi Fiescheralpa über 365 Tag im Jahr erschliessen und damit ist das natürlich eine ganzjahresanlage. Der ÖV Hopp bringt sicher den Vorteil, dass wir sehr sehr wenige Wartezeiten haben, den Komfort der Gäste haben wir steigern können und was natürlich absolut genial ist, die Umsteigungsvorgänge sind sehr kurz gehalt, also man kann quasi von der Matherhoeren Gotthardbahn in drei, vier Schritten auf die Bergbahn gehen, man kann dann 10, 15 Schritte zum Post-Auto-Terminal gehen, also wirklich alles auf dem engsten Räumen und das ist der grosse, grosse Vorteil, den wir natürlich hier haben. Ich kann mir das Konzept des ÖV Hopp sehr sehr gut in einer Stadt vorstellen. Hier in Fiesch hat man ja gezeigt, das Konzept ist ja wirklich so, dass man kurze Umsteigungsvorgänge hat, man ist eng aufeinander vom Räumen her, wirklich verdichtet gebaut und ich glaube, wenn man es auf die Stadt umlegen tut, die Strassen sind sehr viel verstopft, man kann mit einer Seilbahn bodenunabhängig von A nach B gehen, sehr entspannt bin ich der Meinung und so gesehen wirklich eine tolle Idee, wenn man das auf die Stadt noch zusätzlich umlegen kann.